Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Firma Kodak als Generalsponsor der Schweizer Alpinski-Mannschaft hat uns wieder den Auftritt von zwei Spitzensportlern ermöglicht. Vielen Dank und herzlich willkommen hier bei uns im Gottmittwochstudio Chantal Burnissen und Franz Heinzer. Franz Heinzer, haben Sie mit dem letztjährigen Sieg in Orlen und dem guten Resultat in Las Lenias den endgültigen Durchbruch zur Weltspitze geschafft? Vor allem bei der Abfahrt ist die Weltspitze enorm breit und da spielen natürlich viele Faktoren mit, um hier ganz vorne mitzuhalten. Sie sind bis jetzt erfolgreich gewesen in der Abfahrt und im Super-Ski. Haben Sie weiterhin den Sinn, auf zwei Hochzeiten zu tanzen? Ja, ich will weiterhin mehr Disziplinen fahren, wenn möglich gut fahren und mich noch verbessern. Die neue Skisaison stoppt vor der Tür, auch für viele Tausend Hobbyskifahrer, auf Wasser gebracht? Erstens eine körperlich gute Verfassung, dann sollte man Materialbeachtung schenken, richtige Skibindungen einstellen und auch die Präparation der Ski ist wichtig. Vielen Dank, Franz Heinzer und viel Glück. Und jetzt zu Ihnen, Chantal Burnissen. Sie haben ja das letzte Jahr der Europa Cup gewonnen, Sie sind das erste Mal dabei in der Nationalmannschaft. Wie ist das? Haben Sie sich gut eingeladen? Die Stimmung in der Mannschaft ist ausgezeichnet und meine Kameradine hat mich sehr gut aufgenommen. Sie sind als junge Fahrerin vielleicht noch nicht so bekannt, aber das kann sich ja bald ändern. Was für Ziele haben Sie sich gesteckt? Für dieses Jahr habe ich keine bestimmte Ziele, aber ich möchte meine guten Resultate vom letzten jährigen Europa Cup bestätigen. Vielen Dank und guten Start. Übrigens, ab Ende November gibt es wieder Kodak-Filme im Duopack. Und Kodak als Generalsponsor offriert in jedem Duopack ein farbiges Porträt von einem Mitglied der Skinationalmannschaft. Auch wenn das Skifahren nicht Ihre Hauptbeschäftigung, sondern Ihr Liebstes Hobby ist, kommt es auf das richtige Material an. Und darum bietet Ihnen Kodak eine grosse und preisgünstige Auswahl an bekannten Markenskien an. Und zwar in den verschiedensten Typen, die dem Können und den Bedürfnissen der Skifahrer angepasst sind. Besonders günstig sind komplette Skisätze. Bei Kodak gibt es die bekanntesten Weltmarken mit den montierten Bindungen von Salomon, Tirolia für Erwachsene und für Kinder. So, und jetzt schauen wir uns das Rezept dieser Woche an. Ich habe schon oft die Gelegenheit gehabt, Ihnen die vielseitigen Avocado vorstellen zu können. Die Avocado ist nicht nur eine kulinarische Delikatesse, sie ist auch sehr wertvoll in der Ernährung. Sie enthalten unter anderem viel Vitamin A und Vitamin E, was sonst im Gemüse nicht sehr oft vorkommt. Für unseren heutigen Avocado-Salat Bouletschnetzels kurz anbröteln, mit Bouillon ablöschen, Würzen mit Ingwer, Cayenne, Curry und Salz und 10 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit eine rote Peperoni in Würfel schneiden, eine geschälte Orange in Stückchen schneiden und eine geschälte Avocado in feine Schiebeln schneiden. Mit einer Sauce aus Zitronensaft, Mayonnaise und ein bisschen Fleischsaft nappieren. Alles zusammen gut miteinander mischen und dann ist dieser schöne Salat schon bereit zum Servieren. Gell, Sie? Das ist ein lustiges Rezept. Sie finden es in der Coop-Zeitung dieser Woche. Das war's für heute. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch. Achten Sie auf die Aktionen, die gerade kommen. Das lohnt sich. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop alle ausländischen Honigsorten im 500g Glas 50 Rappen günstiger. Ein Kilo USA-Vitamin-Reis statt 2,10 nur 1,70. Ein Kilo Vialone-Reis statt 1,90 nur 1,50. Zwei Dosen Roseton statt 3,60 nur 2,40. Coop-Erdnüsli 350g statt 2 Franken nur 1,60. Eine Flasche Coop-Crepe oder Coop-Frutta statt 85 Krabben nur 65 Krabben. Und Tarasse an zwölf Flaschen statt 10,20 nur 87. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Kilo Overmaltine in der Weihnachtsdose statt 10,85 nur 9,80. Bananen per Kilo nur 1,60. Auf Wiedersehen.